hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute möchte ich über ein etwas anderes thema sprechen ich habe überlegt das mache ich sowieso häufiger mal mich interessieren irgendwie so viele themen und ich habe gedacht ich muss ja nicht nur über schreiben reden oder so vielleicht auch ein bisschen mehr über so andere programme oder so so sonstige dinge ich wollte ja auch mal ein paar buchreviews machen und ich habe jetzt sehr speziell sehr viel über gesundheit gewesen hier und da wollte ich ein ganzes video zu machen über immunsystem selbstheilung und so weiter heute geht es aber meditation und zwar um meditation um joe dispenser insbesondere ich war auf einem meditations retreat einmal bei den niagara fällen und das zweite in kolumbien beides so in dem letzten dreivierteljahr ich habe schon vorher auch meditiert aber ich muss dazu sagen ich bin jetzt auch nicht jemand der stundenlang meditiert sondern bei mir war das sonstige meditieren fünf minuten zehn minuten wenn es völlig völlig crazy war auch mal 20 minuten also ich bin ich bin ja jetzt nicht wahnsinnig fortgeschritten und man kann da auch hingehen wenn man mit meditation sehr wenig bisher im hut hatte ach mein computer wird wieder so laut auf ja und was passiert dann bei einem meditations retreat ich möchte vielleicht einmal sagen für alle leute die meditation für so ein bisschen hokus pokus halten es geht in dem retreat darum und der joe dispenser arbeitet auch mit ärzten zusammen er selber hat auch eine arzt ausbildung als er ist nicht klassischer arzt kiropraktiker und hat ja so andere medizinische ausbildung aber es geht schon um den medizinischen effekt auch der meditation und aus dem grund bin ich da auch hingegangen ich bin da hingegangen weil ich meinen körper dabei unterstützen wollte sich selbst zu heilen weil ich eben im letzten jahr sehr krank geworden bin und habe gedacht okay ich will alles geben und die selbstheilung ist da ja ein ganz wichtiger faktor und das ist eben nicht nur eingebildet und ich muss jetzt fest dran glauben sondern das sind also man kann und das ist das interessante an jones penzer der arbeitet zum beispiel mit wissenschaftlern von der university of san diego zusammen insbesondere dem dr hamel der dann auch teilweise vor ort ist oder per video zugeschaltet wird und die machen eben echte versuche effekte von meditation auf das immunsystem auf die entzündungswerte im körper die machen auch inzwischen versuchen die das mikrobiom zu untersuchen also wie sich das verändert und die haben natürlich im rahmen dieses seminars ja eine tolle gruppe von leuten an denen sie quasi rum experimentieren können und dann auch noch sie können den effekt innerhalb von dieses seminar dort acht tage innerhalb von acht tagen schon feststellen und das ist echt faszinierend es sind also nicht nur total überzeugte jones penzer leute da auch wenn viele davon da sind sondern auch leute die schon so ihre zweifel haben die vielleicht ein buch gelesen habe ich habe das gerade gesucht das habe ich unten ich blende es einfach hier ein mein haar sind so komisch irgendwie er ist konzentriert er konzentriert sich eben darauf auf heilung und wenn ihr zum beispiel auf youtube mal schauen wollt oder auf seine webseite da findet man ganz viele informationen und auch testimonials von leuten die sich mit der meditation geheilt haben und das ist jetzt auch keine wunderheilung sondern es geht darum wenn ich natürlich mein immunsystem optimal in eine optimale verfassung bringe ist das natürlich wesentlich stärker und kann sich gegen viele krankheiten wehren also und die unterschiedlichsten krankheiten und es sind auch leute mit den unterschiedlichsten krankheiten da teilweise auch sehr schwere krankheiten und es gibt ziemlich also auch wenn man da in dieser gruppe ist da sind immer ungefähr 1500 vielleicht auch 1700 leute das war in beiden seminaren so auf dem ich war dann merkt hört man eben auch und das ist schon was anderes als jetzt im video mit so einem testimonial zu sehen dann sitzt man eben weil man ist zusammen mittag ich erkläre euch noch genau wie das abläuft trifft man eben leute die die wirklich unglaubliche heilungs stories zu erzählen haben was natürlich motivierend ist wie läuft dieses seminar ab also es ist so wenn man sich dort anmelden möchte das muss ich direkt sagen dann muss sich für den newsletter anmelden auf der seite von ihm john dispenser und dann es kostet auch um die 2000 dollar ist das also nicht billig für eine woche aber ich glaube die meisten sind nachher dann ganz glücklich und haben das gefühl sie haben viel bekommen obwohl man in einer gruppe von 1500 1600 leuten in einem konferenzsaal sitzt und auch als ich in kolumbien war habe ich einen tag und extra einfach zu früh gekommen um katagena zu sehen wo das oder stattgefunden hat was eine wunderschöne stadt ist ansonsten nichts von kolumbien gesehen ich habe halt nur diese diesen konferenz raum gesehen und man man aß teilweise am strand also man das essen wird einem gestellt und das war natürlich schon besonders schön in mir garaffen war es eben immer so ein bisschen kalt und regnerisch und und da war ja es war schon ziemlich fantastisch ja also wie das abläuft ist man man kommt da an also diese wochen wochen retweets man kommt an muss sich registrieren kriegt dann so eine karte moment hier ich das ist ja eine karte von dem zweiten retweet weil da sieht man schon da bin ich so in so eine sonder da saß ich in der purple group man ist nur nach farben aufgeteilt und da wird dann jeden tag festgelegt wo man sitzt also wo man in dem in dem saal sitzt also weiter hinten weiter vorne damit das so ein bisschen gerecht ist quasi weil natürlich alle gerne vorne sitzen wollen und das hier ist so ein herz das ich als ausgewählt worden bin weil es gibt dann auch eine gruppenheilung und ja ihr braucht nicht zu sagen ich habe am anfang ich habe mich bei dem ersten rett noch nicht mal dafür angemeldet weil ich das auch so total gaga fand weil ich so dachte wie soll das das denn jetzt gehen das heißt die anderen heilen heilen einen mit den gedanken ja es klingt verrückt aber man hat man findet das dann nicht mehr verrückt nach ein paar tagen kommt einem das alles total logisch vor und man hat ja auch schon so viel recherche und krasses stories gehört und gesehen und von wissenschaftlern bestätigt bekommen dass man denkt könnte eigentlich klappen also wie läuft das ab man kommt da an man meldet sich an man wird einer gruppe zugeteilt dann gibt es quasi so eine einführung und dann findet dieses ganze seminar es geht meistens von sechs morgens bis 8 uhr abends und an einigen tagen sogar noch früher es die meiste zeit findet in diesem saal statt und es ist immer ein wechsel zwischen vortrag wo johle spencer einem versucht es näher zu bringen was er da eigentlich genau macht was er bezwecken will warum meditation ein weg ist um gesund zu werden aber auch gesund zu werden also innen und außen es geht natürlich um krankheiten um physische krankheiten aber auch psychische krankheiten und krankheit ist natürlich ja es sind auch viele leute gesund aber die möchten einfach ein besseres leben führen ich glaube früher hat er tatsächlich auch mehr seine seminare ausgerichtet so visualize your future life und so und er hat auch viele meditation wenn euch das anguckt wo man sich sein zukünftiges leben visualisiert und das hat ja nichts jetzt mit krankheit unbedingt zu tun sondern auch wenn leute bestimmte erfolg haben wollen oder bestimmte dinge erleben wollen und dann gibt es auch zudem noch walking sogenannte walking meditations da läuft man dann rum die meditation ich weiß noch am allerersten tag ich bin ja wenn ihr mich hier kennt könnt ihr euch das natürlich vorstellen oder ihr seht es ja auch ich bin ja so ein sehr ungeduldiger mensch und so ein bisschen zappelig und so das heißt also als ich da wirklich am ersten am ersten tag in niagara falls das war das erste meditationsseminar wo ich war als dann die erste meditation und dann ging es so die energy centers aligning of the energy centers ja das basiert im grunde so ein bisschen chakren und so ich weiß nicht wenn man so ein bisschen drin ist yoga keine ahnung hat man das ja schon gehört macht aber auch nichts wenn nicht und man muss auch nicht daran glauben man kann sich auch überzeugen lassen und da waren wirklich viele die auch kritisch waren und auch so gesagt man weiß nicht ob das klappt aber sich das einfach mal anhören wollten deshalb man ist ja nicht allein ja so und dann weiß ich noch ein alignment of the energy centers und dann fängt das eben an so das geht dann 1 2 3 4 5 6 7 8 und man sollte man muss dann ja vorher kriegt man dann auch noch so ein online kurs den soll man sich angeguckt haben auch wenn man sich die nicht anguckt kann man dann übrigens teilnehmen aber es hilft schon ja dann ist man schon mal so ein bisschen vorbereitet so und dann weiß ich noch wie ich so quasi bei chakra nummer drei schon so dachte ach du scheiße wie lange geht denn das noch der ist doch hier schon quasi eine stunde dabei warum bin ich gekommen das halte ich überhaupt nicht aus diesen geht also dieses still sitzen und man hat dann diese gedanken wieder so und das interessante ist und das habe ich jetzt wirklich verstanden meditation also auf eine andere weil ich habe da stundenlang dann ja meditiert und hat täglich mehrmals meditiert und es ich habe mich total gefreut auf diese meditation wenn man kommt dann in so einen ganz anderen zustand ist ein ganz schöner zustand und es ist nur langweilig dann mehr ja und dahin zu kommen das war total spannend und dann merkt man dass also so etwas wie mein gehirn was jetzt zum beispiel wenn ich jetzt auch meditiere das hatte ich vor ein paar tagen da ich so meditiert und ich war jetzt in letzter Zeit nicht so gut mit meditieren also ich habe eine zeitlang habe ich wirklich sehr viel meditiert und selbsthypnose eben auch für selbstheilung gemacht und da war ich so ein bisschen ja habe ich irgendwie nicht so viel gemacht und dann kam dann wieder die erste meditation und ich dachte oh gott ich muss jetzt gleich aufhören weil wenn ich dann da einfach so sitze dann fallen mir natürlich unendlich viele dinge ein die ich eigentlich noch erledigen muss und das ist ein bisschen wie bei yoga ja wo ich dann auch so sitze und dann immer so denke ich brauche eigentlich den zettel um mir das aufzuschreiben und so war das wieder und ich weiß aber inzwischen auch wenn ich wirklich am liebsten die meditation unterbrochen hätte mir aufgeschrieben oder was auch immer aber mit einem buchideen bekommt es ganz schwierig nein aber meistens ja so sachen die ich noch machen muss ich vergessen dann genau das ist der moment wo man weitermachen muss und nein darum geht es geht jetzt wirklich darum diesen geist der springen die gedanken springen so rum und dann hört das irgendwann auf und alle diese dinge die darum gesprungen sind die findet man auch nachher wieder wenn man ruhig ist und danach man hat einen völlig anderen fokussierten geist als man den vorher hatte also jodd spencer macht ja eine sehr spezielle meditation und wenn man sich dann vielleicht muss man sich echt vorher mal anhören weil manchen leuten liegt das jetzt auch nicht so ich kann sagen es ist wirklich viel besser live weil der führt ein durch alle meditation live ich weiß nicht wo der man seine energie hin nimmt beziehungsweise weiß ich natürlich schon weil der meditiert natürlich und und zapft also die große energiequelle an dem universum und der führt einen dann ja der redet ja die ganze zeit und dann führte einen noch live durch die meditation und das ist echt faszinierend weil das kann er wahnsinnig gut und es ist ja die ganze zeit ist ja kein ruhiges meditieren sondern alles ist geführt und deshalb lässt man sich dann einfach die stimme ein und dann wird es einem auch nie langweilig ja also dann verliert man auch nicht den zugang und jeder hat natürlich also gerade wenn man länger meditiert meistens ist es so eine stunde oder anderthalb aber es ist auch mal länger und wenn man also merkt oh gott mir ist kalt oder man fängt so an andere gedanken zu haben mir kommen natürlich dann auch andere gedanken in den in den sinn und dann hole ich aber es ist immer wieder dieses es gehen lassen und okay wieder neu einsetzen wieder neu einsetzen und das macht nichts also man man kann nicht eine schlechte meditation letztlich haben es ist immer eine übung sich auch darüber hinweg zu setzen über die ja über diesen impuls den man hat etwas anderes zu machen und dieses überhaupt den impuls unter kontrolle kriegen ist wirklich ein eine fähigkeit die ich sag mal für leute mit so eichhörnchen wie ich die an allem interessiert sind und es ist total hilfreich das ist wirklich eine geniale übung zum aufbau des seminars kommen wir noch mal zurück also man hat dann immer vortrag das ist dann so anderthalb stunden oder er hört sich jetzt langweilig an ist nicht langweilig der kann das natürlich gut sonst hätte er auch nicht so viel erfolg und dann kommt die meditation er führt wie gesagt es ist so ein bisschen woher das ist so seine eigenart und man muss sich darauf einlassen ich habe am anfang seine meditation gehört habe gedacht ach du meine güte der hat ja einen völligen dachschaden das halte ich nicht aus das war so 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 pathetisch hat er geredet aber er hat natürlich das versteht man dann später ist natürlich system hinter dieser art zu reden und seine meditation zu machen wenn man das dann einmal begriffen hat dann dann kann man dem auch folgen und dann gibt es immer essenspausen also kaffeepause mittagpause das wird ständig vergessen man hat unheimlich hunger von diesem meditieren obwohl man ja nur auf dem stuhl sitzt aber ich glaube dass man das geistig halt irgendwie die ganze zeit so angespannt und dann lernt man auch andere leute kennen und das ist echt total spannend das ist super international es gibt ja jetzt eins in wien ich könnte mir vorstellen es ist schon wieder ausverkauft die meisten sind ja immer eben an tag eins oder zwei dann ausverkauft und gerade jetzt hier in europa kommt natürlich sehr leicht leute hin aber in kolumbien war es nicht ganz so schnell ausverkauft ich glaube weil es schwerer ist da hinzukommen aber in der garefälle war auch sofort sofort ausverkauft es gibt bei manchen kann man dann die möglichkeit so ein walk in machen da kann man einfach hinfahren und das kann man riskieren und kauft dann weil es kommen natürlich dann doch am tag ein paar leute nicht und dann kann man sozusagen als standby doch noch teilnehmen muss man sich überlegen ob man das riskieren will ich glaube dass jetzt zum beispiel in wien kann ich mir vorstellen es wird schwierig weil einfach so für viele aus europa das so zugänglich ist aber keine ahnung aber das nur so als tipp ja weil dieses immer so wahnsinnig ausverkauft man lernt interessante leute kennen die haben natürlich alle unterschiedliche gründe warum sie kommen auch alle möglichen schicksale eben auch leute ach das war echt so berührend auch leute die ja die dann einfach nicht klar kommen mit bestimmten sachen in ihrem leben da war eine frau also viele kranker in allen stadien also endstadium von allen büchen krankheiten und die aber eben nicht mehr im endstadium dann teilweise auch sind oder komplett geheilt obwohl aufgegeben vom doktor also da gibt es tatsächlich so ein bisschen so wunderstorys und die sind schon überzeugend wenn man halt mit den leuten direkt redet und das nicht so kommt habe ich aber glaube ich schon mal gesagt so und dann sind aber auch so leute die dann sagen ja ich komme irgendwie nicht darüber klar ich habe meine familie ich habe meinen highschool street hat mein freund aus der high school wieder getroffen und wir sind wieder zusammen aber dafür habe ich eben meine familie verlassen und ich komme einfach nicht klar damit dass ich so viel unglück über meine familie gebracht habe ja da wird mir schon ja und und sie kommt dahin um zu heilen also einfach psychisch zu heilen oder andere die ja die verlassen worden sind oder die leute verloren haben die trauern natürlich noch auf dem coach ist auch da ich saß neben so ein der war ganz nett aber der stellte mir dann immer so total viele fragen und dann habe ich schon irgendwann gedacht der möchte jetzt doch auch coach irgendwie und ja also ich glaube die wollen sich dann auch angucken wie so dispenser das macht und so ich finde ich habe nichts gegen coach ist ein coach ist total interessant ich habe ja sogar letztes jahr die muss ich dann wegen der krankheit auch unterbrechen eine coaching ausbildung gemacht die muss ich jetzt auch mal fortführen und abschließen weil die nämlich schweineteuer war der jordis fans hat auf seiner webseite ganz viele meditationen die er auch ja jetzt nicht so ganz günstig verkauft ich finde die zum teil echt sehr sehr gut diesen ganz toll komponiert sehr sehr tolle musik und so weiter und ich finde die haben sich auch sehr verbessert so in den letzten man sich die alten anhört man kann auf youtube auch mal gucken es gibt natürlich viele leute die haben dann so daraus irgendwas zusammengeschnitten und das dann so kostenlos auf youtube gestellt was es aber gibt was ich super interessant fand es gab halt sehr viele gruppen danach die gemeinsam meditiert haben auch mit joe dispenser oder anders und die hat man und das war das coole wenn man dann auch so ein seminar ist da gab es dann schon die erste gruppe die sich traf also da gab könnte man facebook gruppen suchen so niagara falls 2000 22 oder kolumbien 23 und da konnte man andere treffen die auch kommen würden dann haben die sich schon verabredet das war mir auch diese gruppe da war so viel aktivität ist hat mich schon schwierig gemacht und nach kolumbien ist tatsächlich auch eine freundin von mir aus kalifornien gekommen mit der ich das zusammen gemacht habe was ich am anfang gar nicht so toll fand weil ich gedacht habe ach das ist so eine sehr allein erfahrung man mediziert ja auch den ganzen tag man quatsch steht es ja gar nicht viel außer mittagessen aber es war dann doch sehr sehr schön jemand zu haben mit dem man sich dann austauschen könnte dann was total cool ist es wird super viel getanzt also man würde ja immer denken oh gott man sitzt den ganzen tag alle haben natürlich ein bisschen bewegungstrang und deshalb vor jeder session also man hat ja dann immer kaffeepause mittagspause und so weiter und dann geht es immer weiter und es fängt immer so an dass super geile musik gespielt wird also ich fand es super und alle tanzen und am anfang dachte ich so und immer mitgetanzt weil man muss sich bewegen und ist lustig und ich fand das war eine ganz tolle erfahrung man sieht wie weit man gehen kann mit meditation und für mich war eben wahnsinnig spannend dieser inner research science fund wo ich jetzt auch mitglied bin da zahlt man also das spendet man dann also spendet man was man unterstützt diesen Research über Meditation und die heilsame Kräfte, weil man braucht ja, um eine offizielle Empfehlung aussprechen zu können, also eine ärztliche Empfehlung, braucht man diese sehr großen Studien, die auch so Double Blind, also die immer mit Kontrollgruppen und so, das ist echt sehr aufwendig und sehr teuer. Und das versuchen die aber zu machen, damit Meditation quasi auch als anerkanntes Mittel, ein anerkanntes Mittel zur Heilung wird und verschrieben werden kann, wie zum Beispiel Osteopathie kann ja auch verschrieben werden, also ich glaube, ich belasse es jetzt erstmal hierbei das war jetzt ein Monster-Video total lang, aber ich denke das werden sich jetzt nicht viele Leute bis zum Ende angucken vielleicht gebe ich zum Abschluss noch ein paar Tipps, was man mitnehmen sollte, wenn man zu so einem Joe Dispenster Seminar geht, ja, ein Notizbuch und Stift, damit man sich Notizen machen kann ich muss zugeben, ich habe mir extrem wenige Notizen dann letztlich gemacht was man auf jeden Fall braucht es eine Gesichts-, also finde ich, eine Gesichtsmaske also so eine Augenmaske, die man im Flugzeug bekommt da reicht auch die, die man im Flugzeug bekommt ich habe inzwischen schon so total fancy Masken, aber das hilft total, weil man ja in diesem Riesenraum sitzt und wenn man dann ganz abduckeln kann sein Gesicht, ist es viel leichter zu meditieren dann haben einige Leute haben ja ganze Luftmatratzen mit so dünne, bestimmte Luftmatratzen ich kann die einblenden, ich kann die auch unten verlinken, so einen Amazon-Link machen ich habe mir so ein Set gekauft mit so einem Kissen und so einer Decke und damit war ich super happy das war total leicht, das konnte man mitnehmen weil man ein Kissen will man auch haben und die Decke, das war nicht aus einem Schuhmaterialien, aber die war so ganz leicht und ganz weich, also so eine dünne Fleece Decke und die war perfekt weil es wird einem teilweise kalt und man muss sich auch, also ich bin eigentlich jeden Tag so in Leggings und Zähne gegangen also muss sich auch einigermaßen warm anziehen weil es auch in Kolumbien, wo es ja draußen heiß ist wird dann so ein bisschen American Style wird dann sehr runtergekühlt, der Raum und dann muss man sich auf irgendwas drauflegen also wie gesagt, diese Luftmatratzen einige waren da total aber wenn man Rückenprobleme hat, geht das es gibt ein bisschen Luftmatratzen die muss man nur 10 mal reinblasen dann sind die aufgeblasen oh, jetzt ist nicht mehr scharf es gibt nämlich so Luftmatratzen da muss man irgendwie nur 10 mal reinblasen oder so und dann sind die aufgeblasen ich habe ehrlich gesagt immer ein Handtuch aus meinem Hotel mitgenommen obwohl der immer stand so nehmen sie kann natürlich, ich meine ich habe es dann mitgenommen und dann ja auch später zurückgegeben obviously aber mich einfach auf ein Handtuch gelegt und dann die Decke und ein Kissen und das Ding und eigentlich das war es man kann auch was zu trinken mitbringen aber man wird da echt super versorgt also es gibt immer dazwischen was zu trinken es gibt was zu essen es gibt in der Kaffeepause auch Kekse ich glaube man sagt doch meine Liebe geht durch den Magen also man würde also die Versorgung ist ziemlich gut und dadurch, dass er natürlich auch viele kranke Leute hat die dann sowas machen wie kein Zucker essen habe ich auch gemacht zu dem Zeitpunkt auch sehr stark das war schon ganz schön genial das war sehr einfach und dann wird man vorher auch gebracht wird man vegetarisch oder was auch immer das ist so für alle möglichen komplizierten Esser ich meine es ist ja auch Amerikaner und er weiß das ja die Amerikaner sind ja teilweise noch viel mehr mit gluten free und so weiter free ich kann es irgendwie nur empfehlen das war eine totale Erfahrung wäre ich nicht krank geworden wäre ich da glaube ich nicht hingegangen weil ich wann hätte ich mir jetzt so viel Zeit genommen quasi nur für mich selbst wartet nicht, dass ihr krank werdet um da hinzugehen da sind da sind ganz viele auch besondere Leute die einfach das mal erleben wollen und Meditation für sich so als Tool entdecken wollen okay ich höre jetzt wirklich auf also ja schreibt mir doch ob ihr mal vom Joe Dispenster gehört habt ob ihr mir da wart ob ihr überlegt habt mal da hinzufahren und überhaupt also tschüss tschüss Vielen Dank.